Hallöchen, dieses Video geht um ein Kostüm von Anastasia von dem Nicht-Disney-Film und ich werde bald auf die Dublin Comic Con gehen und dafür ist dieses Kostüm und dieses Video geht darüber wie ich es gemacht habe und wie es entstanden ist und ich hoffe es gefällt euch also let's go Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.